Moin. Nur vorab zur Info, meine Kamera war es mit Blinsel. Ihr wisst wenig mehr. Ich habe mich gerade wegen meinem T-Shirt beleidigt. Obwohl das super cool ist. Also! Das habe ich fast zuerst noch heute machen wollen. Ein bisschen Cardio und ein bisschen was für den oberen Rücken ist halt auch schwierig, wenn wir keine Klinkzüge zu Hause machen können. Deswegen Cardio Handelmänner. Ihr müsst halt nur gucken, wie gesagt, dass euren Nachbarn nicht unnötig belästigt. Versucht quasi leichtfüßig zu sein. Ihr wisst ja, Ausgangstellung, alles beides zusammen. Also Füßchen zusammen, meine Hände sind an den Oberschenkel. Und dann oben berühren und unten auspannen. Und versucht immer möglichst schön locker im Schultergürtel zu bleiben. Dann guckt ihr so 50 bis 100 Stück. Dann ist eine kurze Pause. Und dann geht es weiter mit dem Glatissimus. Ihr braucht eine glatte Bleche und guckt. Normalerweise müsst ihr euch die nicht abholzern, die Ellbogen. Aber eventuell schon. Und dass ihr hier Druck reinbringt, hier vorne. Und euch dann hier so nach vorne ziehen. Da guckt ihr mal, wie bei Schubkabel, ob ihr eine Bahn habt, einen Flur, die ihr da komplett nutzen könnt. Und ansonsten, ich sage mal, zählen oder der Anstreben an der Geschichte. Dann kurz durchatmen und dann geht es wieder weiter mit Handeln. Dann ist schwer nach oben auf einst. Auszugehen, dass Pip favourite was.